Ich bin Patricia Müller, ich arbeite in der Pflege in der Sklepes Klinik in Schaufling. Insgesamt haben wir drei Pflegestationen im Haus, eine auf der Orthopädie, eine auf der Kardiologie und hier bei uns ist die Neurologie. Wir helfen Patienten nach schweren neurologischen Erkrankungen, ihren Alltag wieder selbstständig zu bewältigen. Ich finde an meiner Arbeit ganz besonders toll, unser Team, unsere Zusammenarbeit und die Betreuung der Patienten, dass man auch sehen kann im Nachhinein, dass es den Patienten deutlich besser geht als vorher.